Tschöö meine Freunde, willkommen zurück im Kindergarten. Ja, ich habe heute nur was anderes überlegt. Und zwar werden wir heute die Quest für die liebe Miss Applegate machen. Ich habe nämlich ein bisschen nachgedacht und weiß jetzt, wie wir da hinkommen, dass sie uns ihr Item gibt. So, natürlich müssen wir erstmal hier wieder mal Bug provozieren. Hier, nimm das Geld. Richtig. So, als nächstes gehen wir mit Frau Applegate reden. So, mit Applegate. Bug hat mein Geld gestohlen. Ist das überhaupt nicht egal? Das ist für mich dabei. Gut. Ähm, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zu Bug. Bug, 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 Bug. So, Bugs. So. Äh, B-B-B-B-B-B-B. Come back. Er ist niemals stolz auf dich. Au, 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 au. So. Da ist er dann gefangen. Nein, hat er nicht. Hau ab. Geh. Ah, dumme Ratte. So, sehr schön. Jetzt müssen wir, danke. So, vielleicht können wir das. Ich stehe dich dann. So, als nächstes holen wir uns den Recorder von dem lieben Monty. Der Voice Recorder. Was ist denn dir, mein Freund? So, als nächstes gehen wir dann hier zu Cindy. Sicher. Ist unser Liebe nicht gut genug? Ähm. Warum? Ich finde nicht, dass du irgendwie süß, schlau oder sowas bist. Bitte? So. Wie willst du das tun? Ich entschuldige mich nicht. Was wirst du tun? Rape! Ich nenne so kein Rape. Oh mein, was ist denn los? Gut, ich wollte sie rapen. Da, 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 da. Ab zum Principal. So. Ah. Wir haben gerade noch Bugs gerettet. So. Gut, bringen wir das Bein hinter uns. Dein Freund hat versucht, dich zu raven. Alter, das ist ein Kindergarten. Wie kommt denn da auf ein Grape? Alter. Das ist ein bisschen krass, ne? So. Ja, Sir. Ich konnte ihn kaum abwehren. Ist klar. Äh. Yes. So. Ich hab das aufgenommen. Ich muss noch mal kurz was machen. Oh, Moment. Gleich wieder da. So. Jetzt aber. So. Bad, bad. So. Kurz. Tschüss. Huch. Die Lehre verwandelt sich immer wieder zum True Director. Und die Texte vermischen sich. Warte, ich kann das machen. Okay. Okay. Wird bloß ein bisschen buggy gerade, hä? So. Gut. Du. Ich brauch... ...dat... ...jojo. Genau. Und da können wir gerade noch so Geld. Dann hier geben wir ihm das... Hast du den Pass gescholen? Ja. Warum nicht? Gut. Hier ist ein Jojo. Gut. Wie denn? Gut. Okay. Was tue ich? Ich kann das machen. Got it. Gut. Geh und beschäftige dich. So. So. Ich wusste es. Cockroater. Ich will mal gleich mal was probieren. Hör auf mich so zu erinnern. Gut. Mann. Verfluchte Ratte. Bringt mich hier in den Träger. Mein Vater wird mich umbringen. Wie? Okay. Ich versuch's. Ich will mal kurz was machen. Optionen. Video. Äh. Window Mode. Off an. Off an. Äh. Putt es. Apply. Gut. Back. Äh. Resume. So. Schon viel besser. Jetzt haben wir ihn mit einem größeren Blick hier mal. Und dann ist es nicht mehr so weit entfernt immer. Jetzt kann ich mal mal sehen, was hier hinter ihr ist. Ne. Großes Nichts. So. Hey. Nugget. So. Äh. Wolltest du mit mir befreundet sein? Äh. Fass. Okay. Müssen wir den Nugget essen. Huch. Ah. Jetzt ist das eingefroren. Moment. Ohne Momento. Irgendwie ist der Bildschirm gerade eingefroren. Äh. 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 Ernsthaft. Ihr seht gerade nicht. Ich laufe gerade rum. Irgendwie ist der Müllschirm hier gerade eingefroren. Jetzt sagt hinter das jetzt nicht aufgenommen. Weil die Dings... Wenn ich das wieder runter stelle. Okay. Weg. Jetzt ist alles mega unscharf. Hahaha. Ach das Ding nervt mich so langsam. So. Video. Upp. Upp. Na also es geht doch. Resume. Perfekt. Jetzt ist das wohl ein bisschen entfernt hier alles. Muss ich das nochmal kurz... Ah. Sorry bin ich das jetzt mal gerade so. Moment. Dass ich jetzt hier gerade mal was machen muss. Aber irgendwie... So. So klappt das. So. Da sind wir auch schon wieder. Yeah. So. Jetzt haben wir nämlich von Nugget den Nugget gegessen. Von Nugget den Nugget gegessen. Das ist gut. Und jetzt... Upp. Okay jetzt. Es ist Zeit für das Mittagessen. Gut. Jetzt sind wir hier. Ähm. Jetzt müssen wir mit Monty einmal reden. Nichts. Dann gehen wir nämlich hier rüber. Zum lieben Janitor. Da müssen wir nämlich ihm verraten, dass Monty ihn ausgelacht hat. Nicht, ob er das so mal gesagt hat. Weil er kann Biscuit nicht aussprechen. So. Monty kann. Gut. Ey. Nerd. Jetzt sehen wir nämlich auch, was da passiert. Endlich. Ähm. Hast du wieder was zu verkaufen? Nein. Hier. Au. Alter. Alter. Und niemand tut was. Der haut da hinten weiter ihr Essen nur rauf. Oh. Und er ist voll Blut, ey. Alter, das ist so krank. Da geht auch gerade Lady raus. Ist er tot? Nein. Das ist eine lange Zeit. Gut. Jetzt haben wir die Brille. Danke. So. Jetzt müssen wir... ... ... ... ... ... ... ... Warte. Was? Ich würde sterben? Stop with you. Was kann ich dagegen tun? Ich soll mich vergiften. Okay. Ich versuch's. Ich hasse dich. So. Hier. Du musst was essen. Es ist ein Nugget. Du wirst aussehen wie ein Pussy. Cindy glaubt das. Ja, tut sie. Du hast es dir aber gezeigt. So, hier. Ja, das ist erledigt. Und da ist Bugs auch down. Ah, danke schön für das Antidot. So, dann müssen wir jetzt irgendwie nach draußen kommen, wegen Lilly. Deswegen hier. Wie denn das? Ich hab diese Gläser gefunden. Danke. So, jetzt können wir rausgehen und nämlich Lilly noch verpfeifen. Alter. So, jetzt klopfen wir an der Tür. Knock on the door. Du bist in beiden Ärger. So, was ist hier los? Lilly hat gelauscht. Ich hab in den Runders. So. No. So. Entschuldige uns mal einen Moment. Tschüss Lilly. Okay, danke. You covered in bird. Was ist das? Das? Nö, nö, nö. Ich hab nur was repariert. Okay. This is my brush with several ways. Yep. Gut. Und ab nach draußen. So. Super gemacht. Super gemacht. Du hast Lilly, Monty und Bugs. Das ist wirklich sehr spektakulär. Du hast diese drei Steckle schon verdient. Was im Lugget. Hast du das angegriffen, dich werden zu Freunden? Ja. Excellent. Und siehst du das Loch? Ja. So. Doesn't trust you. That's what I do. Like what? Okay. Okay. So. Jetzt können wir nämlich da endlich runtergehen. Und gleich den... Den... Ja. Können wir nicht jetzt den Hund holen. Weil wir haben ja damals den Hund geholt. Aber leider war Cindy doch draußen. Die hat uns ja deswegen getötet. Juhu. Klopp. So. Jetzt haben wir auch noch genug Zeit. Deswegen nehme ich mal die Karte hier mit. Obwohl, die haben wir schon, glaube ich, schon, ne? Ist der tot? Ich nehme den Hund mal mit. So. Jetzt wollen wir den nach oben. Dum 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 dum. Ah. Und? Was hast du gefunden? Diese Hundeleiche. Oh mein Gott. Ist das... Ist das... Ist das Cindy's Hund? Nugget! Was ist... Was ist deine große Lehrerin? Hast du Cindy's Hund getötet? Was? Nein. Nagi würde das niemals... Niemals würde ich jetzt nicht sagen. Aber Nagi ist eigentlich relativ harmlos. Lügt mich nicht an. Nugget lügt nicht. Nugget weiß, dass es der... Dass es der Hausmütter war, den Hund getötet hat. Ich weiß nicht, wo er sitzt. Boom. Oh Mann. Das war unglücklich. Nun... Das lief nicht ganz so wie geplant, aber ich bin relativ... ...bitte zufrieden mit dem Ergebnis. Du hast einen neuen... Noch einen Stern verdient. Nun würdest du dir das denn mal angucken? Der Spielplatz ist komplett leer. Du hast es geschafft, alle deine Klassenkameraden... Äh... Du hast es geschafft, alle deine Klassenkameraden loszuwerden... ...und sechs Goldsterne zu verdienen. Und was nun? Nun... Kann ich früher nach Hause gehen? Darum geht's. Alle Schüler erst mal töten, wenn man früher nach Hause gehen kann. Kriege ich keine Belohnung? Oh, ja, stimmt. Hier ist deine Belohnung. Hier. Es ist ein spezieller... Ja, Mittagspass. Du kannst ihn benutzen, um mehr Zeit mit mir Essen... Mittagessen... Mittag zu essen. Das ist mein Weg, äh... ...meinen Ratten zu beschützen, die ihre Freunde ausverkaufen. Danke! Wep. So, der... Also es ist niemand mehr da, den ich heute unterrichten kann. So, ich... Mach dann Feierabend. Was mit mir? Ach, schau mal, Kind. Nun, entweder kann ich einen goldenen Stern verdienen... ...oder du kannst anfangen, nach Hause zu gehen. Das ist deine Wahl. Nun, ich geh dann nochmal nach Hause. Gut, ich seh dich zu Hause. Zu Hause. Tschüss! Yeah! So! Mit den ganzen Problemen, die wir hatten... ...wie ein Grafikproblem... ...haben wir jetzt endlich den Lunchpass verdient. Und eine Monstermon-Karte. Aber ich glaube, das hatten wir schon in Wizard Worm. Und wir haben noch 38 Cent. Wunderbar. Ba-bam. 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 So, da ist er. Äh... Problem ist, glaube ich, wir brauchen jetzt wieder Geld, ne? Before you can come, please. Ja, wir brauchen nämlich den Pass für Bugs Mission. So, ba-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Uns fehlen auch die Hinz hier. Gut. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, ich beende dann die Folge auf heute. Ihr werdet uns noch ein bisschen Geld besorgen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir weitermachen mit Bax. Bis dann. Ciao. Ciao.